so ich bin hier fresh aus dem daimler und kann jetzt offiziell mitteilen dass der neue blog www.marcuswenzel.tv nun offiziell online ist es ist einfach mega steil und aktuelle meldungen rund um arno dübel marcus wenzel tv arno dübel tv superchicker.com alle medien sachen werden nach und nach dort findbar werden und es ist eine weitere vergrößerung der schon bestehenden millionen reichweite ja also mit gesamten netzwerk kumuliert erreiche ich bereits millionen menschen ja und das ist unglaublich und dieser weitere baustein fehlte noch zu mir persönlich und eben zur mwe gruppe und ja wir geben mir richtig gas jetzt und das ist eine super sache es geht voran ist alles ausprogrammiert ordentlich ssl alles ordentlich alles super und jetzt geht es gesichert vorwärts also dranbleiben und dann geht es super voran